Rufen Sie an 0781 6464 Eine turbulente Verabredung zu dritt treffen nun die reizenden Schülerinnen der amerikanischen Hitserie Schwestern bei uns auf ProSieben. Damit will der hübsche Nachwuchs vom Wiltshire Hospital einem umtriebigen Casanova das Handwerk legen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch wenn dieser Engpass deinen Verabredungszeitplan durchkreuzt? Ach, ich bitte dich. Ich habe ihn zweimal getroffen. Warst aber beide mal erst nachts zu Hause. Alison, das ist mein Hand. Meine Güte, Jolo. Du hast doch selber eins. Wann stellst du ihn uns vor? Hört mal zu, Leute. Er ist ein netter Junge, den ich im Supermarkt traf. Gar nichts Besonderes. Oh, das ist schade. Also, RJ und ich sind garantiert was Besonderes. Er ist der erste Junge seit ewigen Zeiten, der nicht weint, wenn er fürs Parken bezahlt. Wie schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Er ist ganz anders als zum Beispiel Thomas. Er ist zärtlich und warmherzig und sexy und ungebunden ist er auch noch. Du hast Bobby auch. Es ist ungeheuer reizvoll, sich dem Jungen vorzustellen, den Becky für sexy hält. Ignorier sie. Weißt du, Alison, er würde dir gefallen. Wirklich. Wir sollten mal zusammen ausgehen. Hm, ich werde darüber nach... Beefy Hot Biss Wie ein Traum So rein Klar Und erfrischend So pur Mild Und sanft CD-Duschgel Selbst für empfindliche Haut Wir sind Babys, Little Babys Viele, viele Little Babys Sieh mal an Viele, viele, viele Little Babys So viele kleine Babys Schließ dich unter Bande an So sammeln und tauschen Beispielen zeigt Ihnen jetzt mein neuerlicher Wirtschaftsdienst die Geschäftsidee. Rufen Sie mich jetzt an, damit auch Sie erfolgreich Ihr eigener Chef werden. 07243 323636 Sofort erhalten Sie kostenlos dieses gratis Infopaket. So werden Sie Ihr eigener Chef. Ettingen 07243 323636 Es kostet Sie nur einen Anruf, kann Ihr Leben aber entscheidend bereichern. Danke Mann. Wieso muss der nicht ein paar Minuten warten? Er ist hier okay, es ist morgen Nacht. Mit der Frisur hätte ich dich auch durchgelassen. Er begibt sich auf das heiße Pflaster der Nacht. Du musst mir nur ein bisschen wehtun, dann ist das richtig. Ich steh drauf. Ich bin Horst. Hi. Das wird man mir auch nur in die Schuhe schieben. Die Zeit nach Mitternacht. Morgen 20.15 Uhr auf ProSieben. Der große Hit dieses Jahres ist eine völlig neue Art Shampoo vom Sunsilk H-Institut. Sunsilk Provitamin B5. Hi Claudia. Das Provitamin von Sunsilk durchdringt das Haar von innen mit Energie, damit es nach außen optimal wirkt und glänzt. Dann habe ich Profis wie Claudia Schiffer nach ihrer Meinung gefragt. Und ich frage Sie, warum glauben Sie, dass mein Haar so ist, wie es ist? Von alleine? Sunsilk Provitamin, die neue Energie für gesunden Glanz. Das ist kein normaler Familienvater. Ich weiß gar nicht, warum ich so froh bin. Das ist kein normales Pärchen. Spielst du, Mann? Wofür war das? Wir sind Basketball. Jetzt sind wir quitt und können von vorne anfangen. Und das ist kein normales Fernsehen. Premiere. Wer es sehen will, muss erst zum Fernsehhändler mit dem Premiere-Shop zeichen. Es ist ein Mord passiert. Ein Mord, Poirot. Und darf ich fragen, wer ermordet wurde? Rätselhafte Morde beschäftigen Monsieur Poirots kleine grauen Zellen. Eine Überdosis Veronal. Der Fall ist noch lange nicht abgeschlossen. Peter Ustinov und Faye Dunaway in Mords à la carte. Aber jetzt ist es an der Zeit, die an dem Fall Beteiligten mit der Wahrheit zu konfrontieren. Mord à la carte. Heute 20.15 Uhr auf ProSieben.